Bahnsteig 5 B-D Regionalzug nach Strassweichen über Bischofshofen, Salzburg Hauptbahnhof und Neumarkt am Wallersee fährt ein. Liebe Fahrgäste, Zugverbindungen dieses Bahnhofs sind aktuell von Bauarbeiten getroffen. Es kommt zu geänderten Fahrzeiten oder Zugausfällen. Bitte prüfen Sie Ihre Verbindung vor Reiseantritt online. Die Bahnhofs sind aktuell von Bischofshofen und Neumarkt am Bahnhof und Neumarkt am Bahnhof und Neumarkt am Bahnhof und Neumarkt am Bahnhof. Die Bahnhofs sind aktuell von Bischofshofen und Neumarkt am Bahnhof und Neumarkt anw 배grer Anzahl auch mit der Kontrolle amount Selenamaraif. Vielen Dank.